Du weißt, was du zu sagen hast. Mach auf. Kann es sein, dass mein Mann bei Ihnen steckt? Nein. Wieso? Jetzt machen Sie mir mal nichts vor. Wissen Sie eigentlich, dass er die Schweigergrippe hat? Davon weiß ich gar nichts. Hm, ach, das ist gelungen. Darling! Darling! Bitte nicht! Weißt du eigentlich, wie anstrengend es war, dich zu finden? Naja, mir ist doch erst klar, was du unter aller Körper verstehst. Und der war's für ein Decknang, diesmal. Äh, Frederic May. Entschuldigen Sie, dass ich im Bett bleibe, aber, äh, ich hab nichts an. Hm, wenn das so ist, dann könnte ich hier gleich noch dazu kommen. Ja, äh, nein. Nein, das kann ich mir nicht gut vorstellen. Bist du dir sicher? Ich mein, wir könnten durchaus zu dritt. Bitte, bitte machen Sie mich nicht unglücklich. Hm, ihr wisst gar nicht, was ihr verpasst. Seine Streife beginnt um sieben. Das ist seine Pistole und der Dienstwagen steht draußen vor der Türe. Und Wolfgang, so wirst du doch nie Oberinspektor. Naja, küss den Darling. Wir sehen uns heute Abend bei Heidings Geburtstagsfeier. Ja, und, ach ja, komm nicht so spät. Bye. Darling, aus dir wird doch noch was. Wenn nur alle so wären wie du.